Herzlich Willkommen zu einer heutigen Folge von diesem Marsch. Wir werden weiter machen mit Toy sammeln. Dazu stellen wir nochmal Abfahrer ein. Wir werden weiterhin Gras mähen. Mit dem Helfer. So, sauber. Wo es da keine Reinklage ist. Verkaufen? Erstmal nicht. Ach, Getreide. Wir wollten ja mal schauen, dass wir die Kale ins Lager kriegen. Abfahrer einstellen. Dann werden wir gleich Matrikale ins Lager fahren. Auf geht's. Schauen wir uns die Woche noch was hin kriegen. Zweck Mais. Jetzt müssen wir noch ein Gebäude kaufen. Kein Verkente. Keine Glase her. Und sobald wir die Glase herstellen, werden wir auch bald Mischfutter herstellen. Wir müssen auch noch Geld für haben. Alles kriegen wir auch noch hin. So, angekommen. Und dann. Und dann. Dann lassen wir kurz die Zeit kommen. Das sieht optimal aus. So, dürfte da auch noch recht voll sein. Dann. Dann. Ich danke nochmal allen Zuschauern fürs Reinschauen. Für Anregungen und Kommentare bin ich immer offen und habe die Möglichkeit, versuchen etwas umzulassen. Ich wünsche euch heute. Ups. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Das ist ein sehr guter Mensch. Und? Und? Ja. Heu, sag mal. Heu. Okay. Jetzt müssen wir den LKW nehmen und dann hier abfahren. Das können wir auch schon. So. Nehmen wir den LKW. Fertig? Gras ist fertig. Zurück dir den Reifen mal. Nehmen wir den LKW zum Abfahren. Wir stellen unseren Küchen. Da hatten wir das mal nicht verkauft. Wir haben einen guten Preis. So. Entweder Stroh verkaufen oder Strohs Lagerfahren. Mit der. Runde. Wenn der mit Heu fertig ist. Kann er eigentlich. Der andere mit dem. Gleich weitermachen. Ist auch mämlich. Aber wollen wir verkaufen. Der Heu-Fahrer macht's. Der wird auch noch traktorfrei gewesen. Der Heu-Fahrer macht's. Und eigentlich fertig. Eigentlich. Der ist fertig. Gut. Reicht daran. Da gibt noch ein bisschen Rest. Ich mache euch mit. Ich brauche mir 19 Uhr noch nicht. Nein auch nicht. Vorne auch nicht. Können wir gleich noch reparieren. Und nach vorne fahren. Das ist die perfekte Wiese. Um gewisse Dinge. Zu bauen. Wie Verkaufspunkte. Anarbeitige Betriebe. Wenn wir noch später haben werden. Wir sehen uns. Wir sehen uns. So. Zu große Häufchen hier. Mal drehen. Wir müssen mitnehmen. Ich glaube nicht. Wir sehen uns. Ich denke. Ob wir die Anne. Als Silageball machen. Und dann als BGH verkaufen. Könnte man. Man könnte auch das Gas sammeln. Und auch. Im Pregmentier. Und da. Ja. Ausgeladen. Aber jetzt habe ich ja Mais. So. So. Aber aus. Also Mais. Muss zum Morgen reif sein. Also Mais. Muss zum Morgen reif sein. Wenn es ja dunkel wird. Gegen neune und halb zehn. Haben wir das Rohr. Müsste nachher. Entladen werden. Typisch. Müsste nachher. Entladen werden. Typisch. Müsste nachher. Müsste nachher. Oder Heu. Oder Welten. Das war auch nicht entschieden. Mal sehen wie voll das Lager an Heu ist. Wir brauchen ja bitte mehr Heu. Jetzt wird zwar mehr Silage verbrauchen. Können wir hier mal ab. Jetzt kümmern wir uns um den. Abfahrer. Ach, was bringt es gut zu sehen. also so schnell sie möglich ist die totale er hat das auch das Strom ins Lager bekommen damit wir ganz schnell aussehen können im Idealfall noch bevor wir nachts traben schwierig das ist fast nicht möglich wir würden aber 10 Tonnen verschenken da ist sie gleich mit dem Traktor ganz schnell sollte fahren und dann den LKW nehmen das passt immer mit viel mehr Auflagen und wie ihr da ruferschaut ich bin vorne das ist eine Kugel so das müssen wir reparieren das ist wichtig gerade waren wir vom Sierka Futt ein Kurs haben wir schon das ist der vom Metrische und den anderen Kurs müssen wir einfahren und bevor wir das machen wir werden den grün wieder fahren fett so 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 da haben wir da noch einen Führungskurs da hinterfällt 18 da haben wir einen Führungskurs Der Führer fällt hoch, das könnte verkehrt sein. Ahoy! Es kann es, es kann es, es kann es. Man lassen ihn nur leicht, den anderen kurz anhängen, das kann verkehrt sein. Man kann es mal sehen. Es ist voll, Junge, es ist voll. Vielleicht ein LKW. Waschen mal wieder, waschen. Waschen, waschen. Reparieren wir auch noch ein bisschen. So. Aber schon, kommen wir gut. Alles auch gut. Kommen wir vorwärts. Ja, etwas FPS Eindrücke. Dann müssen wir die Aufwand sofort mal prüfen. Nehmen wir gut. Wir brauchen auch nicht mehr farbelange. Ja, oder? Ja, oder? Das war der Kapital B. Platz machen. Alles gesammelt. Da haben wir wieder ein Brückchen. Knapp 40. Keine. Es könnte sein, dass zu geleistet ist. Ich sehe Bescheid. Ohne genau. Genau nicht. Full zu heiß. Achso, Temperatur bis zu Hause draußen. Aktuell 33,2. Das ist an der Sonne. Das ist eine Art Fruchtumfahrung. Jetzt muss man schauen, ob er einen richtigen Kurs nimmt. Es kann natürlich sein, dass er jetzt noch einen alten Silo hat. Und das wäre irgendwie ungünstig. Die sitzen brauchen wir nicht mehr wachen. Das ist auch mal alleine. Jetzt kann man einen Lager rein, wieviel viel Volllad ist. Die Raps haben wir noch ein bisschen Reserve. Und 18.000. Können wir da verkaufen. Schweinefutter haben. Schweinefutter haben wir so ein Lager. Können wir haben. Das können wir. So, Heu haben wir 34.000. Und Stroh. Das würde ich noch Heu machen. Aber das kommt ein wenig. Dann haben wir eine Weile Ruhe. Scheint, das scheint zu klappen. Dann haben wir doch mal eingefahren, oder? Zumindest. Auch wenn es der alte Kurs gewesen wäre. Proclitus. Na gut. Dann haben wir es geschafft. Den klappen wir kurz ein. Und vorne aufsteigen. Dann werden wir gleich mal hochfahren. Die andere Ecke. Wunder, dass wir heute Nacht noch aussehen. Also spätestens. Jetzt haben wir viertel acht. Und das ist 10. Fälse. Auch egal. Aber nach der Arbeit will ich nicht. Das bringt nichts. Das würde mir uns keinen gefallen. Ihr könnt nichts sehen. Ich sehe nichts. Das ist nicht gut. So. Kurz reparieren. Und waschen. Oh, die Folge ist Ende. Oh, fäll waschen auf. Ausmachen. Das muss ich perfekt sein. Das geht gleich weiter. Und diese haben wir noch. Das machen wir mal früh. So, liebe Freunde. Das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen. Ein Like oder ein Abo. Ich sage mal Danke. Ich danke auch fürs Zuschauen. Dann seid mal süß und liebe Winter. Und tschau tschau. Ich hoffe bis zum nächsten Mal. Tschau tschau.